Hallo, ich bin der Benni von Cow Clips. Wir haben ein Individualausbausystem für Camper. Ursprünglich kommt das System aus dem Ladungssicherungsbereich mit unserer Lochwand und Decke, die Verkleidung und mittlerweile sind wir eher mehr in Richtung Camper unterwegs, können anhand des Systems den Grundriss so bestimmen, wie wir wollen mit unseren Kunden und zusätzlich haben wir VB Suspensions verbaut auf der Hinterachse, semiär ist bei dem Fahrzeug, was man hier sieht drinnen. Einerseits um den Fahrkomfort zu erhöhen und andererseits ist es eine gute Option für die Auflastung auf 4,2 Tonnen, falls man mal vom Eigengewicht vom Fahrzeug schon zu schwer ist oder an der Grenze zu den dreieinhalb Tonnen ist.